Servus Club-Fans, 11 Spiele, ein Drittel der Saison ist jetzt schon fast vorüber. Wir arbeiten hart und tun alles dafür, dass wir am Ende des Tages in der Bundesliga weiterbleiben können, dass wir das Ziel eine erfolgreiche Saison spielen zu können, erreichen können. Montag bin ich zu Gast bei CFTV und hoffe, dass wir mit unserem treuen Begleiter, der uns auch viele Jahre hier schon beim Club begleitet, das Zimmer reinschaut. Montag, 20.15 Uhr werde ich alle Fragen, die mir gestellt werden, auch unangenehme Fragen, sicherlich beantworten. Ich hoffe, ihr schaut rein und seid dann anschließend besser informiert oder auf dem aktuellen Stand. Ich denke, es ist wichtig, dass jeder versteht, was wir tun und dass auch immer die Möglichkeit besteht, ein Einblick in unsere Arbeit zu geben. Also, ich freue mich auf euch, bis Montag, Servus, bis dahin.